Das ist der Trailer für die ganze Differnee, Alter. Wenn ich jetzt das noch mache, scheint es mir jetzt Arschlochwunsch, Alter. Musikiges Arschloch Teil 3. Blut muss schließen. Und bitte? Ey, aber jetzt halt auf Konfrontationsrufe. Ne, der war doch Scheiße. Ja, Alter. Auf die Seite. Können wir anfangen? Ja, aber. Gut, wo sind wir denn hier? Ja. Und wir hatten viel Spaß dabei. Das waren noch die Zeiten, als wir im Proberaum auch getrunken haben. Ja, damals. Da haben wir halt auch stundenweise Geld dafür bezahlt. Was dann natürlich nicht so erfolgreich war. Weil das dann wirklich nur so Hobby-mäßig war. Mit Suftgelage. Mit Suftgelage. Ja. Ich sehe da gerade ein bisschen Muttern in den Augen. Ja. 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 Ab dem Sammer kannst du uns so weg hatten. Nein. Äh. Ja. 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 Da gab es dann die Typen, die da irgendwie... Ja. 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 Da hat der, der Encounter bleibt abrir. Wir müssen alle noch mal drehen, wir hatten die Maske vergessen. Ich schwitze doch so unten rum. Gut an mich ab. Nein, nein. Ah, nein, nein. Lalalalalalalala. Hans-Peter. Jetzt. Nein, nein. Quatsch, weg. Aha, na ja, aha, aha. Lalalalalalalala. Hört auf, die Schwäne werden wild. Lalalalalalalala. Lalalalalalalala. Regel Nummer eins. In Schöneberg isst mein Döner nur aus Fladenbrot. Was war denn? Die, die, die. Lalalalalalalala. Er schreit dann. Mach doch mal im Fußballchor rüber. Arsch, weg, Hooligan. Arsch, weg, Hooligan. Fickt euch. Hutsu. Sieh, das ist das neue Iron von meiner Lieblingsband. Raus. Und, äh, ja, weil die kriegen das viel besser hin wie andere. Schmeiß den Vogel raus. Schmeiß den Vogel raus. Schmeiß den Vogel raus. Schmeiß den Vogel raus. Aber geil, muss ich mal ein bisschen Fungel sagen. Schmeiß den Vogel raus. Lalalalalalalala. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Lalalalalala. Kommt hier ein unsern. Kommt hier. Peter Maffay für Arbeiter. Wir gelten unser Nimmerland auf unsere eigene Weise. In Berliner Weißemärchenland gibt's eine Deutschrausschreise. So muss man den Spaß nicht führen. Mein Herz. Du bist so tatatatatait, Alter. In unser Nimmerland auf unsere eigene Weise. Geht nix ohne Jägermeister. Was ist los? Der andere hat dich wieder alleine lassen. Dein allerbester Freund. Dieses Geräusch. Auf den Mittag, auf den Sonntag. Schön. Dieser Tanz-Häpple-Trick. Mit Lametta und doch ohne Lametta. So, das soll jetzt irgendwann wieder zurückgehen. Das ist alles festgehalten, wenn nicht. Das klappt. Dazu sind wir da. Alles nachverfolgen. Das geht gar nicht. Das ist ja nie überhaupt, Alter. Als wenn jetzt was Einstätiges rauskommt. Natürlich nicht. Äh, ein bisschen Eier zu nehmen jetzt richtig entspannt. Könnt ihr noch ein Stück zusammenrutschen? Wisst ihr schon, was ihr sagen wollt? Ohne Konzept bringt doch bei uns überhaupt nichts. Was waren die anderen Fragen? Ich hab noch ein bisschen momentier gehören. Ich bin ein kleiner Frieschen und ich wohne hinterm Deich. Ich bin ein Friesen-Jungen. Ich bin ein kleiner Friesen-Jungen. Ich bin ein kleiner Friesen-Jungen. Wo waren wir? Ich bin jetzt stochen. Ich bin ein kleiner Fplease- »iberussy-Badloop« Ich bin ein kleiner Fussserling immer zurückgenommen. Und jetztion Aparte. Dann kommt uns die Kamera raus, Alter. Normalerweise ist er hetero. Er ist Kamerasmus益. Ist ein neuer Begriff, Alter. Young ruler Begriff, Kamera Spul. Komm mit mir in unseren himmer Land. Auf unsere eigene Weise Im Berliner Weiße-Märchen-Land Gibt's keine Deutsch-Ruck-Scheiße Nur für den Spaß, nicht für Commerz Und ohne Drogen, nur mit Herz Drum seid ihr Schaupost Es geht nicht, Alter, ich muss damit aufhören, Alter Nein! Okay, Leute, wir haben heute den 56. Letzter Tag im Studio, wir haben den Song soweit drinnen Und wir haben versucht, Inkognito hier reinzukommen Hat nicht funktioniert Wir haben jetzt unseren Fanclub Die haben uns echt gefunden, hätte ich nicht gedacht Können wir mal gucken? Also! Da kannst du halt in diversen Reisebüros Kannst du halt irgendwie Mieten, Berliner Weiße Suchen, das ist so ein Ding, kostet 800 Euro pro Person Lauf um 790 an uns Und 10 Euro müssen wir natürlich Megafon, das wir da haben, müssen wir mieten Oh, jetzt haben sie uns doch nicht gesehen Aber ich kann ja mal rufen Hallo! Hallo! Alle winken! Ihr habt uns gefunden, wir sind da! Wir kommen gleich runter, haut da rein, guckt euch erstmal nochmal ein Gestert an Und denkt dran, ihr müsst doch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft Ich will den Steckbordkasten gehen, oder? Freddy! Fulst! 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 Du musst hinten ran mit der Spritzer Nee, da war hinten bei Miran, oder? Dankeschön! Als wenn du nicht spritzt in den Arsch haust Seid ihr soweit? Wehe, du fulst jetzt Das ist ehrlich, das ist wie dieses Pendel auf der Schreite Dumm 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 So, fertig Seht eher aus wie der Human-Settings Einmal Konzentration Genau Dann wird sich die Taubfüche Warte um Du kannst uns ruhig bewegen Das sieht man aber auf dem Foto Ich hasse den Hass! Zeig den Hass! Zeig den Hass! Nein! Kamera läuft Und bitte! Tut mir leid! Egal! Auf an Teufel! Graf! Auf an Teufel! Scha subs! Ah ...Mach geht nicht rein Hallo! Was sind das für ein Trick, Alter? Das hast du mal ungeschnitten drinne? Ja Was ist denn das für ein Trick, Alter? Vielen Dank.